Gestern noch Neuland, heute ganz wichtig. Die Große Koalition hat eine digitale Agenda aufgestellt, um Deutschland aus dem digitalen Tiefschlaf zu reißen. Wenn Onkel Fritz gegen Onkel Sam überhaupt noch eine Chance haben soll, müssen Breitbandausbau und Digitalisierung mit Hochdruck vorangetrieben werden. Ideen und Lösungen sind gefragt, um den digital davon galoppierenden USA wenigstens noch hinterherzutraben. Dabei ist klar, das digitale Vernetzen der Wirtschaft ist für Deutschland lebenswichtig. Nur wenn das in den nächsten Jahren gelingt, wird Deutschland ein führendes Industrieland bleiben, sagt die Bundeskanzlerin. Das Ziel ist eine Industrie 4.0. Doch um dabei mit Onkel Sam Schritt zu halten, muss Deutschland schnell wach werden. Tamara Antoni und Marie-Christine Böse. Ihre Arbeitswelt ist digital, voller Computerfiguren und lukrativ. Beim Startup-Game-Duell programmieren sie Videospiele fürs Netz. Weltweit daddeln über 100 Millionen Nutzer mit. Berlin ist ein Eldorado für die Boom-Branche Internet. An der Politik liegt das eher nicht. Klar, häufiger kommen Politiker vorbei, gucken sich das an und machen ihre Rundgänge. Das ist alles schön und wir heißen die hier gerne willkommen, informieren die gerne. Nur an den Taten manchmal, da bleibt es ein bisschen zu wünschen übrig. Boris Wassmuth investiert auch in Startups. Er will gute Ideen fördern, aber die Politik lege ihm Steine in den Weg mit hohen Steuern auf das riskante Geschäft. Innovationen entstehen daher eher hier, im Silicon Valley. Sie bringen Milliardengewinne und das nicht aus Export und Mittelstand. Mittlerweile wird jede der etablierten alten Branchen, wird komplett von der digitalen Revolution erfasst. Und das hat gerade erst angefangen, das wird alle Branchen umfassen. Und in dem Sinne wird alles umgeworfen. Jetzt können wir überlegen, wollen wir diejenigen sein, die diese Chancen wahrnehmen? Oder warten wir, bis die Unternehmen verschwunden sind aus Deutschland, weil andere globale Unternehmen nämlich diese Märkte erobert haben? Problem erkannt, sagt die Regierung. Gleich drei Ministerien kümmern sich nun federführend. In der digitalen Agenda haben sie die Herausforderungen zusammengeschrieben. Doch irgendwie fremdeln Deutschland und die IT-Welt. Warum? Man redet davon, wie wichtig der Internetausbau ist, aber man macht nichts dafür. Man nimmt null Euro dafür in den Haushalt auf. Das ist eben einfach zu wenig. Die Netzneutralität verkauft man. Und im Hinblick auf das Urheberrecht verweist man nach Brüssel, wo auch nichts geschieht. Also insofern, es tut sich nichts. Wie hier, Eisenbach im Hochschwarzwald. Ein kleiner Ort zwar, aber sehr produktiv. Beim Mittelständler Framo Morat entstehen Zahnräder, Schneckenräder, Ritzel. Schwarzwälder Präzisionsarbeit. Doch im Büro wächst der Frust. Beim Austausch großer Datenmengen mit dem Ausland dauert es, oft minutenlang. Hier surfen sie mit 10 Megabit pro Sekunde. Die Regierung hat 50 Megabit versprochen. Überall bis 2018. Merkwürdigerweise in unseren Werken im Ausland haben wir überall eine Glasfaserverbindung, also eine schnelle Verbindung. Nur in unserem Stammwerk hier in Eisenbach haben wir noch eine sehr langsame. Und das im Hochtechnologieland Deutschland. Das ist eigentlich nicht zumutbar für uns. Für mehrere 10.000 Euro will der Chef wohl selbst ein Glasfaserkabel verlegen lassen. Auf die Politik warten? Lieber nicht. Denn die Zukunft ist vernetzt. Maschinen in Industrie und Haushalt kommunizieren. Oder Nachschub regulieren den Strom im sogenannten Internet der Dinge. Enormes Potenzial für neue Geschäftsmodelle. Wenn wir über das Internet der Dinge mal als Begriff hier reden, sind wir bei den Dingen sicherlich sehr gut. Aber wenn es darum geht, neue Geschäftsmodelle auszunutzen, Daten zur Anwendung zu bringen, Datenanalytik zur Anwendung zu bringen, ich denke, da können wir von unseren amerikanischen Wettbewerbern schon einiges auch lernen. Das muss schnell gehen, denn Daten werden wichtiger und Datenriesen erobern neue Geschäftsfelder. Das selbstfahrende Google-Auto ganz ohne Made in Germany. Computermächte drohen, Deutschland abzuhängen. Auf sicher geglaubtem Terrain.